Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge The Forest. Oh, ich musste mal kurz die Lautstärke unterdrehen. In der Folgenpause habe ich mal schnell hier ein paar Federn gesammelt. Und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ihr wisst zwar, wie es funktioniert, aber wir machen natürlich hier Nägel mit Köpfen. Und, äh, werden wir hier natürlich, ähm, so, allerdings noch ein bisschen aufwerten. So, komm mal her hier, ne? So, das ist sehr schön. Was ist denn das Obere? Das kann ich auch nicht lesen. So. Und dann haben wir hier schon mal die wunderbare Axt, ne? Die ist sehr gut gelungen. Hier haben wir natürlich unsere alte. Hier sind die ganzen Bilder. Ähm, aber ansonsten, ja. Gut, ähm, eigentlich wollte ich noch schlafen gehen, bevor ich die neue Aufnahme anfange, aber... Es sollte halt nicht sein. Und, ähm, ja gut, ne? Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal ein bisschen Zeitvertreib. Oh, das ist auch schön geworden. Könnten noch einen zweiten bauen. Das könnten wir eigentlich machen, ne? Den haben wir wieder umso mehr. Ja, was hat er uns hier angezeigt? Nichts. Äh, hier sind die Bilder, die können wir uns ja auch mal angucken. Ne, das ist alles das, was ich gefunden habe. Und das, äh, rechts müsste dieser Schrein sein, wo wir das, ähm, draufgepackt haben. Hier die, ähm, Steine. Wo das Tor sich geöffnet hat. Ja, Beneath the Limestone und so, ne? Das haben wir alles schon gesehen. Die acht Programmen. So, und wir wollen ja in der heutigen Folge, ähm, zum, ja, in der Hütte wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber ich bin mir halt so unsicher. Ja, in der heutigen Folge wollen wir praktisch, äh, ich hab doch vier aufgenommen. So, dann kann's regnen und wir können hier, oh, wir können schlafen gehen. In der heutigen Folge will ich mit euch mal, solange wie es hell ist, ähm, mein Gott, wie heißt denn das, zum Schiffswrack gehen. Und da mal tauchen, um euch mal zu zeigen, was uns denn eigentlich alles noch so bevorsteht. Und, ähm, das werden wir jetzt einfach mal machen. So, hier ist noch nichts passiert. So, da ist der Strand, da müssen wir hin. Und da gehen wir auch hin. So, gefangen haben wir nichts. Ist aber nicht schlimm. So, wir probieren einfach mal alles, ähm, durch, ne. Und dann, ja, laufen wir geschwind. So. Wisst ihr was, wir haben eh keine Stöcke mehr, dann können wir auch zwischendurch gleich ein paar... Oh, ja, jetzt haben wir uns hier mit Schlamm bedeckt, soll der Tarnung dienen und die ekelhaften Moskitos abhalten. Oh, ein Ray. Wo ist es hin? Oh, nein. Das wäre ein guter... Äh, das sind so Heidelbeeren, manche nennen sie Blaubeeren, aber ich glaube, es ist alles dasselbe. Schreibt es doch mal in die Kommentare, Heidelbeer, Blaubeer, dasselbe. Oder nicht, aber ich denke schon, ne. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen was gesammelt hier, ne. Trinken brauchen wir noch nicht. Das ist okay. Ja, dann laufen wir einfach mal in der Hoffnung. Uns kommt hier wieder nichts entgegen und wir müssen nicht die Aufnahme wieder abbrechen. Weil sich irgendjemand denkt, ähm, einen Grafikfehler hier zu erzeugen, wer auch immer das war. Ja, so. Ja, es gibt eigentlich nichts zu erzählen hier in der Folge. Ich nehme ja praktisch diese Folge gerade, gerade auf, nachdem ich die Folge hier mit der Höhle aufgenommen habe. Das heißt, es ist halt praktisch so ein flüssiger Übergang, ne. So, dann gehen wir mal... Oh, nein, wir wollen uns natürlich nicht wehtun. Das ist fatal. So. Also das mit der Aussäufer, das müssen wir nochmal üben mit dem. Aber okay. Ah, weil ich gerade den Baum sehe, in der ersten Staffel The Forest, könnten wir da irgendwo Dynamit reinschmeißen. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir machen erst wirklich das, was wir uns vorgenommen haben. Höh, das haben wir... Achso, das ist unser Arm. Du kannst nicht mehr Steine tragen. Oh, ich würde mir gerne hier so aus zwei Steinen... Oder es müsste noch eine andere Größe geben, die einfach so mit einem Seil verbinden, dass man praktisch wie so ein... Ich weiß nicht, wie man das nennt, ne. Viele kennen das sicherlich, was man so um die Beine schmeißen kann. Dass man sagen kann, man kann dann auch noch so die Ureinwohner... Ähm... Fangen. Das wäre super. So. Ja, und dann rennen wir mal wieder ein bisschen, ne. So. Da ist das Schiffswrack. Hä? Ach, das ist unser Haus. So, wir versuchen es mal in der Hoffnung... Dass der weiße Hai hier nicht auftaucht. Das wäre... Wahrscheinlich fatal. Und ich habe auch keine Lust mehr hier unterwegs irgendwo was hinzubauen. Ich möchte das jetzt natürlich in einem Rutsch machen. Dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt hier... Zu dieser Stelle. Es gibt, glaube ich, noch zwei... Zwei oder drei andere Stellen, die wir gucken können. Und was wir in den... Ähm... Ja... Was wir da finden... Das seht ihr dann gleich. Wenn wir da angekommen sind. Ja, ne. Wie gesagt... Es gibt hier wohl einen weißen Hai. Es gibt auch eine Trophäe. Man muss den wohl irgendwie... Äh... Schlagen... Oder so. Keine Ahnung. Aber es ist wohl sehr schwer. Man soll das... Wohl mit einem Floß machen. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, wenn wir erstmal da drüben angekommen sind. Wir hätten uns natürlich einen Floß bauen können. Ja, es wäre schnell. Alter, nein. Verdammt, ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Oh, nein. Ganz ehrlich, bloß gut haben wir den gesehen. Oh, ich hoffe, der kommt uns jetzt nicht hinterher. Bitte schwimm schneller. Schwimm schneller. Schwimm schneller. Wir haben auch gerade eine Notiz bekommen. Die gucken wir uns gleich an, wenn wir auf der Insel sind. Aber verdammt, schwimm einfach. Guckt euch mal unsere Energieleiste an. Beim nächsten Bissen sind wir... Sushi. Ja, wir haben's gleich geschafft. Wir haben's gleich geschafft. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Aber keine falsche Scheu. Alter. Ah, wir haben hier bestimmt das mit den Tieren hier bekommen. Ja, weißer Hai. Oben. Okay. Dann nehmen wir uns erstmal schnell hier das. Ziehen uns einen Riegel. Trinken war's. Es musste ja so kommen. Bei unserem Glück, was wir alles schon durch haben hier, musste es ja so kommen. So, falls ihr so vorerst auch was spätigen, gebe ich euch jetzt... Hier einen kleinen Tipp. Alter, ernsthaft? Es tut mir leid, Frau Stuhlkröte. So. Hallo. Hahaha. So. So. Ihr seid jetzt hier bei diesem... Wrack angekommen. Und wenn ihr hier steht, so, das kommt halt immer drauf an, dann seht ihr da unten noch was anderes. Den anderen Teil. Ihr setzt euch also praktisch eure... Dings auf. Ich... macht mal noch eine neue Flasche. Und dann schwimmt ihr praktisch... dem Wrack nach unten. Und... Ihr schwimmt immer weiter. Immer weiter. Keine Angst. Der Sauerstoff reicht locker. So, jetzt muss ich mich kurz mal orientieren. Da, bei diesem... Ihr seht dann hier so ein... Ich weiß nicht, ob man es auch vom Land sieht, aber hier an diesem Ding müsst ihr... Das geht hier runter... Tauchen. Und ihr taucht einfach. So. Dann müsst ihr euch kurz umschauen und dann seht ihr... Ich glaube, das ist diese Öffnung hier. Genau. Einen Eingang. Und da schwimmt ihr einfach durch. Und der schwimmt auch automatisch hier. Also ihr müsst euch da nicht irgendwie verrenken oder so. Bis zu einem gewissen Punkt. Ihr seht's. Und dann einfach weiter schwimmen. Wie gesagt, keine Angst. Der Sauerstoff reicht locker, um hier durchzutauchen. Und auch, um wieder hochzutauchen. So. Dann kommt ihr hier an so einem... Höhleneingang an. Da müsst ihr natürlich ein bisschen langsam laufen. Und das ist euch nicht selber verheddert. Und dann erreicht ihr hier eine Höhle. In dieser Höhle findet ihr Armbrustbolzen. Ergo heißt es dann für euch, ihr habt etwas Neues bekommen. Und zwar neue Baupläne. Und hier erhaltet ihr eine Armbrust. Und hier erhaltet ihr eine Armbrust. Erste von, wie gesagt, ich glaube, drei... Unterwasserhöhlen. Ich sage Unterwasserhöhlen, die wir so finden. Die jetzt nichts mit den Höhlen zu tun haben, die wir sonst haben. So. Und dann habt ihr ganz hinten hier einen Reiter. Und ihr seht, wir können jetzt praktisch ein Kreuz bauen, einen Sarg bauen und eine Kirche bauen. So. Das erstmal zu diesem... Ähm... Ja. Zu dieser Sache. Ich muss jetzt... Sagen... Ich... Weiß nur ganz vage, glaube, wo noch die anderen zwei sind. Ähm... Wir müssen uns natürlich drehen, damit er hier auch ordentlich die Höhle ansteuern kann. Und, ähm... Wenn euch hier der weiße Hai begegnet, bitte lasst euch nicht verunsichern. Und ihr seht, wir haben es mit wenig Energy geschafft. Okay. Also haltet einfach Ausschau hier nach so einem... Äh... Balken. Hä? Warum springt denn da da nicht drauf? Okay. Wir schwimmen jetzt einfach... Mal ganz schnell wieder zurück zur Insel. In der Hoffnung, dass der Hai wieder nicht kommt. Ne? Wir... Ich hoffe, wir sehen ihn rechtzeitig. Obwohl wir haben halt jetzt, äh... Gut Gesundheit, ne? Das dürfte nicht allzu schlimm sein. Und dann, ähm... Wir müssten uns natürlich irgendwie eine Möglichkeit bauen. Ähm... Es wird auf dem Floß hinauslaufen, dass wir halt andere Orte schneller, ähm... entdecken. Und man, ja... Ich denke schon, dass man die Inseln praktisch besser entdeckt. Ähm... Jetzt muss ich aber kurz mal überlegen, es gibt auf jeden Fall noch die Möglichkeit, irgendwas zwischen drei Inseln soll auch nochmal so eine Höhle sein. So, und hier oben habt ihr jetzt die Armbrust. Ich rüste sie nochmal... Hallo... Für euch aus. Und dann habt ihr... Könnt ihr hier mit L2 tut ihr Ziel. Und dann... Mit R1 einfach schießen. Und dann... Seht ihr hier... Hey, wo ist mein Armbrustbeutel? Ich hab den extra hier runtergeschossen. Hm. Na gut. Okay. Ich würd sagen, wir schwimmen erstmal zu den drei Felsen. Der weiße Hai, der kann uns mal. Hoffentlich. So. Ah, ist ja auch eine kleine Insel hier. Von daher wird der hier nicht auftauchen. Denk ich mal. Jetzt ist die Frage, ich... Es kann jetzt da hinten sein? Oh, ich hab eigentlich eher... Nicht Angst hier vorm Schwimmen, sondern eher Schiss vor dem Hai. Ich hab nämlich keine Lust zu sterben. Definitiv nicht. Dafür haben wir das jetzt so gut gemeistert. Und wir schwimmen jetzt erstmal Richtung Land. Und... Dann gehen wir mal in Richtung links. Beziehungsweise, wenn wir an Land sind, ist es dann wahrscheinlich rechts, je nachdem, wie man steht. Ich würd gern unbedingt gucken wollen, ob das die andere Position ist. Ich weiß, dass diese Inseln wohl... Oder diese... Diese Höhlen nah aneinander lagen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Eine liegt jetzt noch, wenn wir jetzt hier so im Wasser sind. Rechts irgendwo. Oh, eine Sandbank. Okay. Aber ich würde gerne erstmal die andere. Und in jeder Höhle finden wir halt praktisch so einen Bauplan. Und ich glaube, immer ein kleines... Ja, Geschenk. Das sage ich jetzt einfach mal. Ganz plump. Oh, wir haben es geschafft. Obwohl das der Heil kam. So, das ist eins. Dann ist zwei. Oder waren es zwei Höhen? Und dazwischen liegt noch irgendwie was. Wir könnten jetzt... Und wir könnten dann... çekten wir... zuerst. ja leute sorry da war der controller plötzlich leer das ärgert natürlich ich weiß jetzt nicht wie die aufnahme gestoppt hat hier oben sind die armbrustbolzen ich wollte eigentlich gerade was trinken wir haben essen so jetzt schauen wir noch mal es sind 12 es sind zwei alter schaut euch an wer da kommen hey hallo na auch mal wieder hier so einfach so fisch mitnehmen ist wir auch cool so 12 es sind nur zwei insel ich werde da wahrscheinlich in der folgenpause noch mal gucken sollte ich natürlich was finden dann werde ich einfach eine aufnahme starten damit wir uns das da gemeinsam angucken können wie gesagt entweder man weiß halt wo die sind oder man hält halt praktisch ausschau nach diesen balken die halt im meer hier rum schwimmen aber ich glaube hier ist keiner ich glaube hier ist keiner ich sehe da noch was das könnten auch noch das ist ein strand glaube jetzt ist natürlich das problem man wir haben kein fernglas oder so ich hätte gern groß was ist da ich glaube das ist nicht so ein balken von daher ich könnte jetzt ich könnte jetzt sagen was der kommt überall hoch nur nicht da oder was gucken ob ich was sehe aber ich sehe einfach nichts so ich sehe einfach wirklich nichts na gut ich würde sagen wir gehen mal an land in so einem container da können wir uns dann ein lagerfeuer bauen falls uns dolle kalt wird oder der hei frisst uns eher ja dann würde ich sagen war es das wieder für diese folge wir haben das geschafft was wir machen wollten ich habe euch das schon mal gezeigt und in der nächsten folge werden wir dann einfach mal doch das ist eine insel 1 2 3 aber wo ist dieser komische balken ich weiß auch nicht ob ich komme auch hier nicht hoch das ist das problem vielleicht können wir ja so ein ausguckt benutzen benutzen dann mal hochklettern noch ist es tag und noch ist noch nicht es passiert weiter es müssten aber die drei inseln sein ach regt mich der auf hier mit seiner ausdauer so und da sind auch noch häuser da könnten wir auch mal gucken was da drin ist so hoch hoch immer munter so ich gucke ja aber ich sehe nichts wirklich gut okay dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder vielleicht kann ich euch das schon mehr erzählen und dann danke fürs zuschauen ciao